Hallo liebe Podcast Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Business Podcast Change einfach machen. Heute habe ich wieder einen Interviewgast und das wird ein besonders spannendes Interview. Er ist in Budapest und im Osten Deutschlands aufgewachsen und während der Studentendemonstrationen hat er sein Talent für das Thema Public Speaking entdeckt. Mit 23 Jahren, das muss man sich wirklich vorstellen, war er der jüngste Nachrichtenchef in der ARD. Das war ihm aber nicht genug. Nach etwas mehr als zehn Jahren hat er seinen sicheren lebenslangen ARD mit Rentevertrag gekündigt, um seinen eigenen Weg zu gehen. Heute ist er der Chairman des größten deutschsprachigen Zukunftsforschungsinstitutes und damit auch der gefragteste Zukunftsspeaker in ganz Europa. Ich freue mich riesig, dass er heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, Sven Gabor Jansky. Hallo, ich freue mich. Lieber Sven, ich habe ein bisschen was über dich erzählt. Dennoch meine Bitte an dich, erzähl unseren Zuhörern und unseren Zuschauern, denn das Ganze strahlen wir ja auch über YouTube aus. Erzähl denen doch einmal, wer bist du und was tust du? Ja, also wenn man das so hört, wahrscheinlich bin ich ein Neuanfänger. Ich bin ein ganz guter Neuanfänger. Ich habe ein paar Mal in meinem Leben neu angefangen, in der Tat. Und das prägt auch mein Leben und so weiter ein bisschen. Da kann ich nachher ja noch ein bisschen darüber erzählen, weil ich immer festgestellt habe, dass es bei jedem Neuanfang hinterher besser wird. Und am Anfang ist ein Neuanfang natürlich, naja, um Gottes Willen, da fragt man sich, geht das gut und geht das nicht gut? Ist das gefährlich? Ist das nicht gefährlich? Darf man einen ARD-Lebenszeitvertrag mit Betriebsrente und was darf man das kündigen? Ja, wenn man sein Leben lang ist ein bisschen übertrieben, weil ich war ja noch sehr jung, aber wenn man bisher immer dahin gestrebt hat und so weiter. All diese Fragen stellt man sich und hinterher stellt man fest, es ist alles viel besser geworden. Und das ist mir eben jetzt ein paar Mal passiert in meinem Leben. Und beim letzten Neuanfang habe ich ein Zukunftsforschungsinstitut gegründet. Das ist inzwischen jetzt 18 Jahre her und habe eigentlich meine, also habe davor sehr tief in mich hineingehört, jetzt gar nicht esoterisch, sondern ich habe einfach ein bisschen über mich nachgedacht, ein bisschen reflektiert und habe mich gefragt, was treibt dich eigentlich so in deinem Leben? Und habe festgestellt, naja, es gibt eine Sache, die mich wirklich treibt, nämlich ich will mich mit interessanten Menschen umgeben. Und das klingt jetzt vielleicht banal, weil jeder will sich wahrscheinlich ein bisschen mit interessanten Menschen umgeben, aber bei mir war das so stark, dass das immer meinen Berufswunsch geprägt hat. Ich bin Journalist geworden, weil als Journalist hast du Zugang zu interessanten Menschen, also irgendwas entscheiden, irgendeine Mächtige oder und so weiter und so fort. Und dann hat das mit dem Journalismus war das eben nicht mehr so. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, wie findest du ein anderes Format, um interessante Menschen zu treffen? Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann lädst du sie mal ein. Ich fand immer so die Innovationsleute, die so die Zukunft bestimmt haben in den Unternehmen und in der Politik interessant, habe die eingeladen, habe einen Zukunftskongress organisiert und den fand ich toll, den fanden die toll und den gibt es jetzt seit 19, also dieses Jahr zum 19. Mal. Wow. Naja, und so um diesen Kongress herum sozusagen ist dann ein Zukunftsinstitut entstanden, also dann haben wir Studien gemacht und dann haben wir Workshops gemacht und jetzt machen wir für Unternehmen ihre Strategien, ihre Zukunftsstrategien und gründen sogar Startups für diese Unternehmen. Und das Letzte sozusagen, das Letzte Neue, also diese Unternehmensberatung, die läuft schon sehr, sehr lange. Und das Letzte Neue ist, dass wir uns gedacht haben, Mensch, diese ganzen Methoden, diese wissenschaftlichen Methoden, ja, also nicht Esoterik, nicht Chaka und so, sondern wirklich seriöse wissenschaftliche Methoden, die wir immer in den Unternehmen anwenden, die kann man doch eigentlich, also mit denselben Methoden kann doch jeder Mensch auch sein eigenes Zukunftsbild und seine eigene Strategie entwickeln und dann erreichen und so weiter. Und das ist jetzt das Letzte, was wir sozusagen an den Start gebracht haben. In der Tat gibt es jetzt, wir nennen das Tomorrow in Your Life-Programme von uns, wo man tatsächlich diese Profi-Methoden sozusagen, die bisher nur für sehr, sehr viel Geld den Vorständen und Unternehmen vorbehalten waren, sozusagen auf sein eigenes Leben anwenden kann und sein eigenes Zukunftsbild und sein eigenes besseres Zukunfts-Ich sozusagen damit entwickeln kann. Also, das geht immer voran und es dreht sich bei mir um das Thema Zukunft. Ja, sehr cool. Das ist ja auch das Einzige, was wir gestalten können. Also das Jetzt und mit dem Jetzt gestalten wir das, was morgen und in der Zukunft passieren wird. Ich bereite mich immer recht gut vor auf meine Interviews und ich habe bei dir natürlich dann auch in Wikipedia geschaut und da steht drin, Du bist Zukunftsforscher. Jetzt kann ich mir vorstellen, was der Archäologe macht, wenn er da die alten Fundstücke ausgräbt. Ich kann mir auch ansatzweise vorstellen, was so ein Biologe macht, wenn der nach einem Virus forscht. Mit der Zukunft ist das ja so eine ganz andere Sache und ich glaube auch nicht so richtig an dieses Ding mit der Glaskugel. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Was macht so ein Zukunftsforscher operativ im Daily Business? Also gut, dass du das fragst, weil das ist ganz wichtig für mich und das ist auch ein ganz großes Unterscheidungsmerkmal, Alleinstellungsmerkmal. Es gibt ja ganz viele, die über Zukunft reden, aber wir Zukunftsforscher, wir machen das halt nach wissenschaftlichen Methoden. Es gibt wissenschaftliche Methoden weltweit, die werden an Universitäten gelehrt und angewandt und so weiter. Delphi-Methode, Zukunftsszenarien und in dieser Methode ist sehr, sehr klar festgelegt, was du tun musst, um wissenschaftlich fundiert sozusagen eine Prognose zu machen. Und um das, also ganz kurz, ich will jetzt nicht die ganze Methode erklären, aber um das ganz kurz zu beschreiben, du kannst Zukunft nicht berechnen. Also ich mache es mal am einfachen Beispiel. Wenn du rausgehst auf die Straße und fragst die Leute, du suchst dir ganz viele, 10.000 Menschen, du suchst die raus und fragst die, wie sieht in zehn Jahren ein Auto aus? Also wie sehen unsere Autos aus? Dann kriegst du 10.000 Antworten. Wahrscheinlich, weil jeder erzählt da irgendwas, obwohl keiner es wirklich weiß, muss man ehrlich sagen, bei den 10.000 Leuten auf der Straße. So, dann hast du also 10.000 falsche Antworten. Aus diesen 10.000 falschen Antworten kannst du einen Durchschnitt bilden und dann heißt es, 83 Prozent der Menschen sagen, Auto wird grün sein oder wird rückwärts fahren oder irgendwie sowas. Das ist natürlich Blödsinn, weil also dieses, das macht man ganz oft in der Meinungsforschung, in der Marktforschung, aber für die Zukunft kannst du das, also hat das null Relevanz, weil all diese 10.000 Menschen wissen es nicht und der Durchschnitt, den du daraus gebildet hast, ist auch falsch. Also gibt es nur eine wirklich wissenschaftliche Art Zukunft zu prognostizieren. Du musst mit denjenigen Menschen reden, mit ihren heutigen Entscheidungen Zukunft selbst bestimmen. Also das, was die heute entscheiden, wo die heute ihr großes Geld reinstecken, das wird sozusagen in fünf, in zehn Jahren Wirklichkeit. Und wer sind diese Menschen? Realistisch gesehen sind das ganz oft die Strategiechefs, die Innovationschefs und die Technologiechefs von großen marktprägenden Unternehmen, markttreibenden Unternehmen weltweit natürlich. Und wir Zukunftsforscher, wir tun nichts anderes, als uns diese Leute rauszusuchen weltweit. Mein Institut, wir haben so 1.500 etwa in unserem Kontaktnetzwerk weltweit. Wir suchen uns die raus, wir bauen einen Kontakt auf, die kennen, lernen uns kennen, wir lernen die kennen. Und dann machen wir Interviews mit denen. Lange, zweistündige Interviews und fragen die, was tust du da gerade heute? Warum tust du das? Und was kommt daraus, also nach deiner Prognose, was entsteht daraus in fünf, in acht, in zehn Jahren? Und dann wieder die Methode, da gibt es eine erste Welle, eine zweite Welle, blablabla sozusagen. Aber am Ende kommt ein Zukunftsbild heraus, wo drinsteht, was die großen, die mächtigen, die ressourcenstarken Akteure heute treiben und wohin das geht in zehn Jahren, wenn das alles so weitergeht. Das ist keine, das muss man dazu sagen, das ist keine Wahrsagerei. Also es hat auch nichts mit der Glaskugel zu tun, sondern es sind die heutigen Treiber. Mehr kann man nicht beschreiben, weil Zukunft ist nun mal, wir sind keine Wahrsager, wir sind keine Hellseher. Aber das reicht oft schon, weil genau diese Dinge, die da heute von den Großen, von den Mächtigen sozusagen in die Welt gebracht werden, die werden in einer ganz großen, also über 90 Prozent der Fälle, werden die auch, werden die auch wahr sozusagen. Und die paar Prozent, wo die dann durch Unvorhersehbares sozusagen noch beeinflusst werden, die kann den Zukunftsvorstand einfach nicht vorhersehen. Das muss man einfach sagen, kann ich nicht. Wenn Unvorhersehbares passiert, dann müssen wir nochmal ran, müssen wir unser Studium nochmal machen. Ja. Und ich vermute jetzt mal, ihr macht das dann so themenbezogen? Also dass ihr sagt, ich nehme Leute hier aus der Chemiebranche, aus der Telco-Branche, aus was weiß ich und dann setzt ihr nachher ein Gesamtbild daraus zusammen? Naja, also in der Tat, wir, also mein Institut, wir arbeiten hauptsächlich für Unternehmen. Das hat, also das hat was damit zu tun, dass dort sozusagen eine größere, wie soll ich sagen, ein größerer Wille da ist, sich mit Zukunft zu beschäftigen, komischerweise, als in der Politik oder Gesellschaft. Das ist halt so. Also die beauftragen uns sozusagen mit einer bestimmten Fragestellung. Also beispielsweise ein Automobilhersteller kommt zu uns und sagt, wir haben gehört, jetzt kommen so selbstfahrende Autos. Wie sieht eigentlich der Innenraum in selbstfahrenden Autos aus in zehn Jahren? Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn du nicht mehr das Lenkrad anfassen musst, die Wahrscheinlichkeit, dass es da innen ein bisschen anders aussieht, ist relativ hoch. Also stellen wir sozusagen, wir nennen das, also diese Methode heißt Trend Cycle Methode. Wir analysieren zuerst, wer hat alles Einfluss auf die Frage, wie verhält sich ein Insasser, ein Passagier in einem selbstfahrenden Auto. Und da sind natürlich die Autohersteller und die Zulieferer, also die Autositzhersteller sind dabei, aber natürlich auch die Handyhersteller und so weiter und die Regulierung und also ein bunter Strauß sozusagen von Akteuren, also von Unternehmen, die darauf einen Einfluss haben. Und da ergibt sich so eine Liste und von dieser Liste die wichtigsten 20 bis 25 interviewen wir dann. Und das ist natürlich für jede Fragestellung, ist diese Liste anders. Es sind diese Experten natürlich andere. Also für die Frage, wie entwickelt sich die Versicherungsbranche, ist da eine andere Liste, als wie verändert sich die Automobilbranche und wie verändert sich die Schulen und die Bildung und so weiter und so fort. Also das ist unser Brot- und Butter-Geschäft, dass wir diese Studien machen. Und so aller zwei, drei Jahre ist es dann meine Aufgabe, das sozusagen zu einem Gesamtbild für Gesellschaft zusammenzufassen. Das sind dann so die Bücher, die ich schreibe. Also da gibt es ein Buch 2020, so leben wir in der Zukunft. 2025, so arbeiten wir in der Zukunft. 2030, wie viel Mensch verträgt die Zukunft? Also das sind dann so diese zusammenfassenden Gesellschaftsbeschreibungen sozusagen, die dann aus all diesen Studien das Wichtigste zusammenfassen. Ja, finde ich super spannend. Gibt es da Branchen, die affiner sind für sowas? Also ich frage das deshalb, weil gerade jetzt ja auch so das Thema Digitalisierung einfach sehr stark im Fokus ist. Und mein Empfinden ist, dass zum Beispiel die Bankbranche doch ein gutes Teil stärker schon digital ist, als beispielsweise die Versicherungsbranche. Also wir haben bei Banken natürlich Apps und Online-Anwendungen hat, sind die Versicherungen da doch eher so ein bisschen, ja, rückschrittlich, um das mal so zu formulieren. Kann man da sagen, es gibt Branchen, die sind so richtig heiß darauf zu wissen, wie es in der Zukunft aussieht und andere, die sind eher so abwartend? Naja, das ändert sich von Zeit zu Zeit. Also es gibt in, also wir merken immer so Wellenbewegungen sozusagen, ja, dass plötzlich kommen, kommt aus einer Branche, ganz viele kommen zu uns und wollen irgendwelche Projekte und irgendwelche Studien und irgendwelche, was weiß ich, Workshops und Strategien von uns haben. Also ich glaube, das ist so, wenn in einer Branche gerade der Leidensdruck steigt, also gerade sozusagen offensichtlich wird, da passiert jetzt irgendwas, dann wachen plötzlich alle auf und sind ganz hektisch und wollen irgendwie Zukunft, sich mit Zukunft beschäftigen, während in anderen Phasen es halt ein bisschen weniger ist, ja. Insofern würde ich nicht sagen, dass es eine Branche oder mehrere Branchen gibt, die nun zukunftsaffin sind, sondern das sind so Wellenbewegungen, ja. Im Augenblick ist es gerade, also tatsächlich Versicherung liegt schon ein bisschen zurück, die sind im Augenblick, haben die sich wieder ein bisschen beruhigt sozusagen, ja. Da war vor drei, vier Jahren war mal richtig, ja, richtig Interesse da. Im Augenblick ist es gerade die Gesundheitsbranche, weil dort technologisch sehr, sehr viel passiert und wahrscheinlich sozusagen die, wie soll ich das sagen, die, naja, also bestimmte Fründe oder bestimmte Marktanteile neu verteilt werden. So langsam kommt auch die Lebensmittelbranche hoch, Energie ist immer, immer ein großes Thema, gerade, gerade weil es eben jetzt nicht mehr nur um, also das klassische regenerativen Energien geht, was wir früher hatten, sondern um den Zukunftsbild, wie sieht eigentlich die Wasserstoffgesellschaft aus, ja. Also 2030 in Deutschland, wenn ganz viel mit Wasserstoff funktionieren soll, aus CO2-Gründen und so weiter. Wie sieht das eigentlich aus? Also, da sind einige Branchen ganz aktiv, aber wie gesagt, das ändert sich dann wieder und nächstes Jahr sind es dann wieder andere Branchen. Ja, okay. Du hast vorhin erwähnt, dass die Politik da nicht so agil ist. Wie machen die das denn? Weil gerade für die Politik ist es doch eigentlich sehr wichtig, vorherzusagen, in welche Richtung geht denn die Reise? Ja, ehrlich gesagt, musst du da die Politik mal fragen. Ich bin da ein bisschen, also vielleicht sogar ein bisschen befangen. Also es ist ganz einfach, ich lade die Politik immer ein, ja. Die kriegen Einladungen zu unseren Kongressen und kriegen unsere Studien geschickt und all das. Und zwar ganz egal, also Europa und Bundes und Landes und sogar Kommunalpolitik und Bürgermeister und so weiter. Und es gibt eigentlich, es gibt nicht viel Interesse daran, muss man ehrlich sagen. Es gibt so vereinzelte, also aber nicht mehr als eine Handvoll Politiker, die tatsächlich Interesse haben, sich mit Zukunftsstudien, also mit unseren Zukunftsstudien zu beschäftigen. Aber das heißt jetzt nicht, dass Politik sich überhaupt nicht mit Zukunft beschäftigt. Die haben natürlich schon ihre Berater. Wie soll ich das sagen? Die haben sie auch oft schon sehr lange und sehr feste Netzwerke. Und das sind dann irgendwelche Professoren aus irgendwelchen Universitäten. Und wenn ich jetzt sozusagen unsere Studien vergleiche mit denen, die da so sind, dann denke ich mir manchmal, okay. Also wie soll ich das sagen? Ich würde mir wünschen, natürlich wünsche ich das jeder, dass seine Arbeit auch von der Politik wahrgenommen wird. Ich würde mir das wünschen, weil viele Dinge, die irgendwie nicht so gut laufen oder ganz langsam, viel zu langsam laufen in diesem Land, standen bei uns vor zehn Jahren tatsächlich schon in den Studien drin. Aber ja, ich meine, ich bin Wissenschaftler, ich bin jetzt kein Politiker. Also ich bin da keiner, der da wahnsinnigen Bedarf hat, sich einzumischen oder an andere zu überzeugen oder so. Ich mache meine Arbeit. Ich lege sie hin, jedem, der sie haben möchte. Und wer sie halt nicht nimmt, der nimmt sie nicht. Ich frage das natürlich auch deshalb, weil wir ja im Moment immer noch in der Corona-Situation sind. Und man liest in der Presse, ja, die Bundesregierung hat mit 70 Tagen Verzögerung nur reagiert. Und gab es denn überhaupt irgendwelche Notfallpläne? War so etwas wie Corona nicht früher oder später vorhersehbar, dass sowas passieren müsste? Ja, also doch, natürlich war es vorhersehbar. Es gibt auch und gab schon lange Zukunftsstudien international. Unter den Zukunftsforschern wurde das ab und zu mal diskutiert. Und zwar immer unter der ein bisschen makaberen Frage sozusagen, durch was, also was ist denn das Ding auf der Welt, wodurch am meisten Menschen sterben würden? Sozusagen, ja. Die Frage ist natürlich sehr makaber. Aber um sozusagen vorauszusehen, was der größte anzunehmende GAU quasi ist, ja. Und in all diesen Studien, die es da gibt in der internationalen Zukunftsforschung, ist eine Epidemie, eine weltweite Pandemie immer ganz oben an Top 1 gewesen. Ist nach wie vor natürlich. Weit vor Terrorismus und Atombombe und all diesen anderen denkbaren Sachen. Also es ist nicht so, dass das niemand wusste. Aber niemand wusste den Zeitpunkt. Und weil es, wie soll ich das sagen, weil es eben lange dann vorher auch nicht passiert ist, jedenfalls nicht in dieser weltweiten Dimension, hat man halt nicht reagiert oder hat man sich halt nicht richtig vorbereitet. Ich habe da sogar ein bisschen Verständnis für, weil man kann sich natürlich nicht auf jede Möglichkeit oder jede Eventualität irgendwie vorbereiten. Schau mal, das ganze Silicon Valley, also die ganze Westküste der USA steht auf dem, steht an dieser Grenze dieser zwei tektonischen Erdplatten. Jeder, jeder weiß, jeder, der irgendwie mal ein Buch gelesen hat, weiß, dass es dort mal richtig tolle Erdbeben geben wird, ja. Und dass die, dass Momenten, vielleicht sogar die Atomkraftwerke da irgendwie, die in dieser Region stehen, irgendwie echt in Schwierigkeiten kommen. Und trotzdem leben die dort weiter, ja. Also heißt sozusagen, selbst wenn man das weiß, kann man sich nicht, 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 nicht immer vorbereiten. Den Zeitpunkt wussten wir nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Und deshalb will ich an der Stelle eigentlich gar keinen, ja, gar keinen richtigen Vorwurf machen. Jedenfalls nicht, was die, was die Vorbereitung auf diese, auf diese Situation betrifft. Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Also gerade hier der St. Andreas Graben da war in Kalifornien, der ja quer durchgeht und dann auch durch San Francisco und die ganz großen Städte durchzieht. Gerade der wäre ja eigentlich Grund genug, dass die Menschen dort nicht leben. Und sie nehmen das natürlich billigend in Kauf, vielleicht, weil sie sich auch nicht bewusst damit auseinandersetzen. Aber es gehört eben dann schon dazu und dass man sich eben auch nicht auf alles, ja, so vorbereiten kann, wie du das gesagt hast. Bevor wir wieder in die Zukunft gehen, möchte ich nochmal einen kleinen Sprung in deine Vergangenheit machen. Wir haben vorhin über den lebenslänglich ARD, so ein bisschen ketzerisch in Anführungszeichen gesprochen. Wenn man so Studien- und Umfrageergebnissen bei den jungen Menschen von heute, wenn man denen glaubt, dann ist eines der Dinge, die sie anstreben, einen sicheren Job. Also zum Beispiel bei öffentlichen Behörden oder zum Beispiel so etwas, wie du es hattest, so ein lebenslänglich Vertrag. Wie bist du damals damit umgegangen, dieses Aufgeben von Sicherheit? Wie hast du das hinbekommen? Denn der Podcast heißt ja Change, einfach machen. Und ich möchte auch, dass die Menschen einfach mutiger werden und die Sicherheit in sich finden und nicht in einem Arbeitgeber. Also wie hast du das gemacht? Na ja, also erstmal war es für mich eine große Befreiung. Das muss man sagen. Na ja, weißt du, also es ist natürlich schon so. Ich habe Journalismus studiert und wollte immer im Radio, ja, Radio war immer mein Fable und wollte da Auslandskorrespondent werden und all diese Dinge. Und das hat bei mir sehr schnell geklappt gehabt. Das war so eine Sondersituation nach der Wende. Ich habe in Leipzig studiert, habe 91, also zwei Jahre nach der Wende angefangen zu studieren in Leipzig, Journalismus. Und gerade zu dieser Zeit wurden zwei neue ARD-Anstalten gegründet. Und mit den alten Journalisten wollte keiner mehr was, also den alten Ostjournalisten wollte keiner was zu tun haben, weil sie so als systemnah galten. Aber es gab auch keine anderen und deshalb ist man als junger Mensch damals wie ich ganz schnell die Hierarchie-Position da, also wenn man halbwegs gerade ausgeredet hat sozusagen, ja, ist man da ganz schnell hochgekommen. Und das ist auch der Grund, warum ich da mit 23 schon Nachrichtenchef war und mit 28 eigentlich alles gemacht hatte, was man so im, naja, in der ARD halt so machen kann, ja. Also außer jetzt der ganz große Programmdirektor zu sein. Also im Prinzip hatte ich mit 28 tatsächlich alle Schritte gemacht, die andere mit bis, weiß ich nicht, 45, 50 oder sowas ungefähr machen. Und klar, ich hatte sozusagen eine Karriere durch, also im Schnelldurchlauf durchlaufen, um die mich alle meine Studienfreunde beneidet haben, weil das war deren Lebenstraum, also Lebenswunsch, Lebenstraum, Lebensziel sozusagen, ja, diese Festanstellung bei der ARD. Aber ich war halt 28 und ich hatte alles gemacht und ich bin damals zu der damaligen Hörfunkdirektorin gegangen, also das ist die Oberschefin sozusagen im ARD-Hörfunk und habe sie gefragt, wo denn meine Perspektive ist, weil ich würde jetzt schon ziemlich lange dasselbe machen und ich würde mich ja noch dann weiterentwickeln wollen. Und da sagte sie mir den denkwürdigen Satz, Herr Jansky, bei Ihnen ist das ja alles sehr schnell gegangen bisher, aber jetzt ist das hier eine ARD-Anstalt und in der ARD-Anstalt wird niemand vor 45 Programmdirektor. Das wäre meine Perspektive. Also die hat mir gesagt sozusagen, du machst die nächsten 17 Jahre genau dasselbe, was du heute auch tust. Und damals fand ich das natürlich völlig furchtbar, dass sie mir sowas sagt. Heute bin ich ihr heilfroh und total dankbar, dass sie mir das gesagt hat, weil das gab mir einfach die Möglichkeit oder das einfach zu erkennen, dass da keine Perspektive ist. Und dass dieses Gefühl, mit dem ich damals sozusagen zur Arbeit fuhr und auch wieder wegfuhr und dazwischen irgendwie gearbeitet habe, nämlich immer dieses Gefühl von, so richtig fordert mich das jetzt hier nicht. Also das ist so ein bisschen Mittelmaß. Ich mache hier so meinen Job. Ja, das ist okay. Das habe ich gestern gemacht, das mache ich morgen. Aber was ist denn das, was mich sozusagen, was mich daran treibt und was mich daran fesselt? Das habe ich dann einfach nicht mehr gespürt. Und dann war es für mich ganz einfach zu sagen, okay, jetzt unterschreibe ich hier die Kündigung und alles, was danach kommt, wird besser sein. Weil dieses, wie soll ich das sagen, dieses permanent im Mittelmaß rumhängen, das ist es. Also für mich jedenfalls ist es das halt nicht. Ja. Ich möchte da trotzdem nochmal bohren. Denn ich glaube, dass wir in Deutschland wirklich auch viele Menschen haben, die ihre Situation erkennen, die sehen, ich mache hier einen Job, den reiße ich eigentlich nur runter. Der befriedigt mich nicht. Ich setze das ab. Ich warte noch die nächsten 17 Jahre bis zur Rente. Oder auch im privaten Kontext, die in Beziehungen sind, die ihnen nicht gut tun. Und trotzdem bleiben die Menschen in den Situationen drin und verändern es nicht. Und du hast es ja gemacht. Das heißt, da gibt es ja einen Unterschied. Und da würde ich gerne mal drauf hinaus. Was hat das bei dir? Was machte da so den Unterschied, dass du gehandelt hast? Naja, ich glaube, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich glaube, die ganz große Sicherheit, dass es hinterher besser wird. Also, dass es nur besser werden kann, klingt jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich habe halt vorher in meinem Leben schon ein paar Mal erlebt, dass ein Neuanfang, also wirklich ein Zurücksetzen sozusagen des Lebens, dass das etwas Gutes bewirkt. Weil hinterher, also es ist überhaupt nicht so, dass das sozusagen durch diesen Neuanfang etwas verloren geht, sondern das, was möglicherweise verloren geht, das holt man so schnell wieder auf und dann geht man halt drüber. Weil man die ganzen Erfahrungen schon hat, aber sozusagen, wenn man neu anfängt, nicht in diesen ganzen Regeln und Seilschaften und so drin hängt, sondern einfach überholen kann. Ich habe das, also das weiß nicht, ob das jetzt so wirklich eins zu eins zu vergleichen ist, aber ich habe halt so eine Neuanfangssituation sehr, also schon im Alter von sechs, sechseinhalb Jahren gehabt. Das hat natürlich nichts mit dem Job zu tun, logischerweise damals, sondern da hat sich meine Familie getrennt. Also, ich bin in Ungarn aufgewachsen. Ich komme aus einer deutsch-ungarischen Familie oder ostdeutsch-ungarischen Familie und wir sind in Budapest aufgewachsen und dann meine Mutter, die Deutsche ist, wollte dann wieder zurück, hatte Heimweh und es hieß, okay, wir ziehen um sozusagen, damals noch Ostzeiten in die DDR. Und an dem Tag, wo wir um, also alles vorbereitet, alles gut, an dem Tag, wo wir in Budapest in den Zug steigen sollten, waren wir auf dem Bahnhof, auf dem Bahnsteig, ich habe dieses Bild noch sehr, sehr klar vor Augen und wir wollten einsteigen und mein Vater stieg nicht in diesen Zug ein. Und keiner hat verstanden, der konnte das auch nicht richtig erklären, der stieg einfach nicht in diesen Zug ein. Und dann fuhr dieser Zug ab, wir drin, der draußen. Und dann habe ich viele Jahre meinen Vater nicht mehr gesehen. 20 Jahre später habe ich den Hintergrund sozusagen erfahren, der wollte halt nicht hinter die Mauer. Er hat halt immer, ja, in Ungarn war es noch ein bisschen frei, halb offene Grenzen zu Österreich, jedenfalls für ihn. Und sein großer Traum war Amerika. Der hat gedacht, wenn ich jetzt hinter die Mauer gehe, dann komme ich nie mehr nach Amerika in meinem Leben. Also kurz gesagt, damals und als sechsjähriger Junge, der sehr vaterfixiert war, der in Ungarn aufgewachsen war, ungarischer Kindergarten, ungarisch gesprochen hat, ungarisch gedacht hat, der kommt jetzt plötzlich in Deutschland an, also in der DDR an, soll dort in die Schule gehen, soll Deutsch sprechen, hat keinen Vater mehr. Also das war ein Neuanfang. Und diese Neuanfänge, die zwingen einen, wenn die passieren, dann zwingen die einen, sehr, sehr klar über sich nachzudenken. Und das ist im Alter von sechs Jahren natürlich ein anderer Gedanke, als jetzt im Alter von 50 oder so. Aber dieses sozusagen zurückgeworfen werden auf sich und was bin ich und was mache ich und warum bin ich hier und was soll jetzt hier aus mir werden sozusagen. Das ist mir damals so gegangen, das ist mir nach bei der Wende so gegangen, ja klar, Ostdeutsch, ja irgendwie, das ist nicht nur mir, sondern 16 Millionen Menschen so gegangen. Plötzlich war alles weg. Stell dir vor, jetzt über die Bundesrepublik würde plötzlich das chinesische Gesellschaftssystem gestülpt werden. Stellen wir das lieber nicht vor. Naja, genau so war es aber für die 16 Millionen da irgendwie. Also ich will da überhaupt gar keine Wendegeschichten erzählen, aber für mich, also ganz rein für mich, hatte das einfach die Auswirkung, nachdenken zu müssen darüber, was ist deine Position, was ist richtig, was ist nicht richtig für dich, wer tut dir gut, wer tut dir nicht gut und was ist dein Weg. Und jedes Mal, in jedem dieser Neuanfänge, habe ich gemerkt, ja später war das alles viel besser. Die Möglichkeiten waren größer, es war schöner. Und das gibt mir persönlich so die absolute Sicherheit, dass ich genau weiß, also bei meinem nächsten Neuanfang und ehrlich gesagt, ich freue mich jetzt, also ich freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Neuanfang. Ich habe keine Ahnung, wann der sein wird, aber ich freue mich wirklich drauf, weil es wird, also ja, es kann nur besser werden. Es wird nicht schlechter. Sehr cool. Ich glaube, du hast auch die Frage wirklich sehr, sehr gut beantwortet mit diesem Beispiel. Und diese Fragen, die man sich stellen sollte, dieses, was kann ich eigentlich, wer bin ich, das auch wirklich genau zu reflektieren, was tut mir gut, wer tut mir gut, das vergessen wir immer so ganz gerne. Und als Kinder, da machen wir uns nicht so riesengroße Gedanken darüber, sonst hätten wir ja niemals laufen gelernt. Sonst hätten unsere Eltern gesagt, Kind, lass mal lieber, du kannst dir einen blauen Fleck holen, Krabbeln geht auch. Und wir hätten es wahrscheinlich auch nicht mit diesem Eifer und dieser Energie versucht, es zu erlernen. Und das ist halt heute so ein bisschen abhandengekommen. Und ich glaube, dass diese Fragen, dass die halt wirklich sehr, sehr gut dabei unterstützen und helfen. Ich möchte jetzt wieder auf die Zukunft kommen. Du hast ein Buch veröffentlicht, du hast es vorhin schon mal angesprochen, 2030, Wie viel Mensch verträgt die Zukunft? Ein sehr cooler Titel und wirft natürlich direkt die Frage an dich auf, wie viel Mensch verträgt denn unsere Zukunft? Ich kann das nicht in einem Satz beantworten, leider, weil... Ach, vier, fünf? Ja, naja, also du, die Frage ist, was versteht man unter Mensch? Also wir wissen alle, ja, ich bin ein Mensch, das verstehen wir unter Mensch, aber die Frage ist ja, was verstehen wir unter Menschlichkeit? Verstehen wir unter Menschlichkeit unsere Schwächen? Also die Limitationen des Menschen, die Fehler des Menschen, die Launen des Menschen und sowas, also wollen wir das sozusagen erhalten und pflegen? Oder verstehen wir unter Menschlichkeit die permanente Weiterentwicklung? Also, dass es uns heute besser geht als der Generation unserer Großeltern und viel besser geht als, was weiß ich, die 300, 500 Jahre davor und viel besser geht als es im Mittelalter, als es noch Scheiterhaufen geht und viel besser geht als es einen 30-jährigen Krieg und so weiter und so fort. Also diese permanente Weiterentwicklung. Und das ist die zentrale Frage auch dieses Buches, die ich für mich sehr, sehr klar beantworten kann. Für mich ist Menschlichkeit die permanente Weiterentwicklung, selbstverständlich. Und wenn man das so sieht, dann ist die Zukunft total menschlich, dann ist sie sogar menschlicher als die Vergangenheit. Also irgendwo in diesem Buch steht die Überschrift, die Zukunft wird menschlicher als... Also freuen Sie sich drauf, weil jeder, für den Menschlichkeit ganz wichtig ist, für den wird es menschlicher werden in der Zukunft. Allerdings, das heißt nicht, dass die sozusagen, dass alle, wie soll ich das sagen, alle Fehler des Menschen mit in die Zukunft genommen werden. Nee, nee, das heißt das natürlich nicht. Und das heißt auch, dass einige, wie soll ich sagen, einiges, was uns liebgeworden ist irgendwie, oder unsere Fehler, die uns liebgeworden sind, die werden auch nicht ihren Platz in der Zukunft finden. Oder jedenfalls werden sie ein Problem haben. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wo es bei mir immer so, also in meinen, wenn ich mit Unternehmen, wenn ich da Coachings mache, immer so kulminiert bei den Leuten. Die meisten Führungskräfte sind total stolz auf ihr Bauchgefühl. Weil das unterscheidet sie von Menschen, die nicht so ein tolles Bauchgefühl haben, offensichtlich. Aber das Bauchgefühl, also die Intuition eines Menschen, die schätzen wir nur deshalb so hoch, weil wir bisher noch keine bessere Berechnungsgrundlage haben, sozusagen. Sobald wir eine Berechnungsgrundlage oder ein Computer irgendwas prognostizieren könnte, was viel bessere Ergebnisse liefert als mein Bauchgefühl, ist mein Bauchgefühl nichts mehr wert. Und genau das werden wir in den nächsten zehn Jahren, fünf bis zehn Jahren erleben, dass künstliche Intelligenz quasi unser Bauchgefühl wegmacht. Also wir haben das schon noch, das Bauchgefühl, aber die ist halt besser. Und jetzt ist die Frage, ist das gut oder schlecht? Nimmt das uns die Menschlichkeit weg, weil das Bauchgefühl nicht mehr so wichtig ist? Oder gibt es uns die Möglichkeit, viel menschlicher zu sein, weil wir das, was wir tun, am Ende sozusagen viel besser ist für uns und die Menschheit? Ja, ich meine, schau dich hoch, schau in die Nachrichten. Heute gibt es so wahnsinnig viel Leid auf dieser Welt. Es gibt Kriege, es gibt Menschen, die andere Menschen töten. Es gibt Menschen, die andere Menschen, ach Gott, das will ich vergewaltigen. Und jetzt rede ich nicht über Afrika, sondern ich rede über deutsche Schlafzimmer. Ja, also das ist nicht irgendwo, also wenn wir das als den Gipfel der Menschlichkeit betrachten würden, dann würden wir in Zukunft... Das ist ja nicht der Gipfel der Menschlichkeit. Im Gegenteil, wir sind alle auf einem Weg. Nichts in dieser Welt ist fertig. Nicht ich bin fertig, nicht du bist fertig, nichts ist fertig. Wir sind in einer Entwicklung, Evolution heißt das über lange Zeiträume. Und insofern bin ich total positiv, weil alles das, was wirklich menschlich ist, all das kann wahrscheinlich verbessert werden. Also selbst wenn man anfängt von Gefühlen und Emotionen und Miteinander und so weiter und Achtsamkeit und Wertschätzung, all diese Begriffe, die werden in den nächsten zehn Jahren verbessert werden. Und wir werden 2030 zurückschauen auf 2020 oder noch weiter. Unsere Kinder werden vielleicht von 2080 zurückschauen auf unsere Generation, genauso wie wir auf unsere Großelterngeneration schauen und sagen, naja, waren nette Menschen, aber so leben will ich nicht. Ja, ich möchte auf das Bauchgefühl nochmal kommen. Gerade in Unternehmen, da ist es ja wichtig, dass das Bauchgefühl stimmig ist. Also ich sage immer bei Vorgesetzten und Mitarbeitern, ich sage immer zu beiden Seiten, wenn ihr einen Knödel im Bauch habt in einer Bewerbungsphase, dann lasst es sein, weil das rächt sich nachher. Das muss einfach vom chemischen Miteinander, vom Bauchgefühl muss es einfach passen. Und AGG hin oder her, also da kann man versuchen gleichzustellen, das bringt an der Stelle einfach nichts. Ist irgendwie absehbar, dass man sowas messen kann, ob Menschen aufgrund des Bauchgefühls miteinander arbeiten können oder nicht? Naja, also in der Tat, es gibt ganz verschiedene Ansätze, da Dinge zu messen. Es ist natürlich dann nicht das Bauchgefühl, was man misst, sondern es sind halt andere Dinge. Es ist die, also du kannst sogar von, also du kannst sogar genetisch anfangen, ja. Du kannst in deinen Psychogrammen anfangen. Du kannst, also jetzt als ganz einfaches Beispiel, nichts anderes machen Online, also Partnerschaftsplattformen sozusagen schon seit Jahren, ja. Die haben irgendwelche Psycho-Algorithmen, ich bin ja kein Experte, ich kenne mich da nicht aus, aber haben da irgendwelche Psycho-Algorithmen, die natürlich am Anfang nicht so ganz gut waren und dann langsam besser werden, so ist das eben bei Technologie, und dann matchen die die Leute zusammen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas auch in die Arbeitswelt kommt, halte ich für sehr, 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 sehr hoch. Weil genau wie du sagst, also es hat überhaupt keinen Sinn sozusagen etwas zu beginnen, was nicht, also was nicht stimmig ist sozusagen, ja, wo die Wellenlänge einfach nicht stimmt. Und deshalb sind die, also ich beschreibe das in meinen Büchern immer als den Cultural Fit sozusagen, der da gemessen wird, ja. Und aus diesem Grund sind die, also die Maschinen oder die Computer, die sozusagen diese Sensorik, also die Daten aus der Sensorik aufnehmen und dann Teams zusammensetzen oder erst mal Vorschläge machen für Teamzusammensetzungen, die dann passgenau sind, spielen eine ganz große Rolle. Also wir spielen auch in dem Buch 2030 eine große Rolle. Es gibt noch ein anderes Buch, was sich speziell um die Arbeitswelt, um die HR-Welt dreht, also Human Resources, HR. Da spielt das noch eine größere Rolle. Aber na klar, all das, also man muss das ja sagen, diese künstliche Intelligenz und diese Computer haben ihre Stärken genau dort, wo Dinge gemessen werden können, die die menschliche Sinne nicht messen können. Also das menschliche Auge nicht sehen kann, das menschliche Ohr nicht hören kann, die Nase nicht riechen kann, dass die Haut nicht tasten kann und so weiter. Und genau diese Dinge können gemessen werden. Und das ist gar nicht schlimm und das spricht auch gar nicht gegen das Bauchgefühl, sondern stell dir einfach vor, du hast auf deinem Smartphone irgendeine intelligente App, irgendeinen intelligenten digitalen Assistenten, dem du ein paar Fragen beantwortet hast, der vielleicht ein bisschen sogar mit deiner Genetik so irgendwie, das bin ich sozusagen, das bin ich, das ist meine Psyche. Und dann gehst du zum Bewerbungsgespräch oder im Bewerbungsprozess fragst du, okay, wie ist denn hier ein Team, wie sind denn eure Psychogramme? Und dann tust du die zusammen und du siehst, passt oder passt eben nicht. Und dann wirst du dein eigenes Bauchgefühl sozusagen, also kriegst du Unterstützung, kriegst du eine Hilfestellung durch diese Messsysteme. Insofern, also ich will nicht sagen, manchmal, doch, ich habe es schon mal gesagt, Bauchgefühl ist tot sozusagen, aber das stimmt ja nicht. Das Bauchgefühl wird immer beim Menschen bleiben, aber es verändert sich. Es wird intelligenter, ja, das Bauchgefühl wird intelligenter, weil es halt gestützt wird durch solche, nicht durch meine Hand, sondern durch diese Smartphones, die möglicherweise in meiner Hand sind. Ich persönlich glaube, dass wir auch noch gar nicht alles messen können, von der Technologie her, einfach weil wir es technologisch noch nicht entdeckt haben. Es gibt ein Buch, das heißt The Celestine Prophecy. Das ist eigentlich mehr so ein Abenteuerroman und da ist eben beschrieben, dass wir Menschen von Energiefeldern umgeben sind und wo dann jemand, der stärker ist als im Vergleich zu einem Schwächeren, von dem Schwächeren im Grunde so die Energie auch abzieht und dass man das dann auch wirklich messen kann und sehen konnte durch grüne und rote Energiefelder. Also ganz, ganz spannend. Ich glaube, da ist sehr viel dran. Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf das Heute. Wenn die Unternehmen sich jetzt beauftragen mit einer Zukunftsprognose und du gibst Ratschläge und Empfehlungen, dann heißt das ja in der Regel auch, da muss sehr viel umgesetzt, verändert, gemacht werden, innovativ gemacht werden. Jetzt haben wir aber in Deutschland von der Vergangenheit her sehr viel mit Regeln, mit Prozessen, mit Hierarchien zu tun. Vieles läuft so in diesem Modus Autopilot. Was empfiehlt ihr, was empfiehlst du den Unternehmen, was müssen sie tun, um hier mehr Drive, Innovationsfreude, Dynamik reinzubekommen? Ja, also lass mich vielleicht einen ungewöhnlichen Satz vorherschieben. Ich finde diesen Autopilot, der ist total wichtig. Also diese Regeln, die es gibt, die Rituale, die Routinen sozusagen, das Automatisierte sowohl im menschlichen Kopf als auch in Unternehmen, ist total wichtig, weil sonst könnte der Mensch nicht leben. Und je besser die sind, diese Routinen, desto besser, desto erfolgreicher sind auch Unternehmen. Deshalb sind deutsche Unternehmen eigentlich, jetzt im Vergleich europäisch, sagen wir mal, wirklich gut. Aber uns muss das bewusst sein, weil diese Routinen sind eben automatisiert in unserem Kopf. Das heißt, die sind nicht mehr im Bewusstsein, die sind im Unterbewusstsein. Wir machen jeden Tag dasselbe. Und solange sich das Umfeld nicht ändert und es keine Veränderungen, keinen Nervveränderungen bedarf, ist das super. Aber sobald sich das Umfeld verändert und wir uns verändern müssen, weil wir uns anpassen müssen an das Umfeld, wie auch immer, an Technologien oder neue Werbschöpfungsketten, neue Konkurrenten, was auch immer, dann müssen wir an unsere unterbewussten Denkmuster ran, an unsere Denk- und Verhaltensmuster. Und das ist das Schwierige, weil die eben nicht bewusst sind. Also ich kann mir nicht verbieten, meinen Denkmustern weiter zu folgen. Das geht einfach nicht. Ich kann was anderes machen. Ich erzähle das immer, oder ich versuche das immer zu beschreiben, auch den Unternehmen, nach denen du gefragt hast, an einem Beispiel, ich habe mal vor, ach, das ist jetzt schon, naja, fast sieben Jahre her, da habe ich ziemlich viel mit, ein bisschen was mit Thomas Tuchel zu tun gehabt. Thomas Tuchel ist der Fußballtrainer, damals bei Dortmund in Paris. Und das hatte einen Grund, ich habe ein Buch geschrieben, über Vergessen lerne. Ich wollte also untersuchen, wie, genau diese Frage, wie kriegen die Unternehmen es hin, bei ihren Mitarbeitern sozusagen, denen das vergessen zu lernen, also die alten Regeln zu vergessen, um offen zu sein für neue Regeln. Und komischerweise ist ja dieses, also wenn du mit Hirnforschern redest, dann ist das Vergessen und Verdrängen für das Hirn eine der wichtigsten Tätigkeiten sozusagen. Aber in der Schule haben wir nie gelernt, wie man vergisst. Also wir haben das nie gelernt, das bewusst zu steuern. Und selbst in der Universität und in Weiterbildung in Unternehmen, vergessen lernen ist totaler Quatsch, sagen alle, ich will alles behalten, ich will mir alles merken. Nun müssen die aber vergessen. Also habe ich damals mir Menschen gesucht, von denen ich dachte, die könnten mir sagen, wie man vergisst, wie man gut, also wie man anderen beibringt zu vergessen. Und ich war total, also naiver Gedanke, ich habe mir gedacht, Mensch, Fußballtrainer. Fußballtrainer, die müssen doch, wenn es einen Trainerwechsel gibt und sie sind neu, dann müssen sie ganz schnell bei ihrer Mannschaft das Spielsystem des alten Trainers raus, vergessen und ihr neues Spielsystem rein und wenn die mir auch sagen können, wie das geht, super. Und ich habe diese Frage ziemlich vielen Fußballtrainern gestellt, die meisten haben die überhaupt nicht verstanden, muss man dazu sagen, aber der Tuche, der ist ja so ein bisschen so der Intellektuelle sozusagen unter den Trainern, der hat das sehr, sehr genau verstanden, der hat mir eine gute Antwort gegeben. Der hat mir beschrieben, wie er damals seine erste Bundesliga-Station gemacht hat, Mainz 05. Und gesehen hat, also der kam da an und beschreibt das so, er hat gesehen, alle Spieler hatten eine Grundregel, also einige Regeln, aber eine war die Zentrale. Wenn ich einen Ball kriege, muss der zur Seitenlinie, Longline nach vorn und dann in die Mitte flanken. Also dieser Spielzug, kriegen Ball, Seitenlinie, an der Linie lang und dann flanken. Der war überall drin. Und dann hat der Tuche gesagt, dieser Spielzug, der muss raus aus den Köpfen, weil auf dem Weg kriegst du den Ball, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass du den Ball weggenommen kriegst. Also das ist statistisch gesehen ganz schlecht, so zu spielen. Und der ist aber absehbar dann vom Gegner. Ja, ja, kennt jeder und genau. Und er hat gesagt, okay, also wir müssen jetzt diagonal spielen. und eben sozusagen in der Reflexion, also rückwirkend betrachtet, wenn du den fragst, sagt er, und was er gemacht hat, sagt er, hätte ich meinen Spielern verboten, Longline zu spielen, also verbal, ich hätte gesagt, spiel nicht mehr Longline, spiel diagonal. Was hätten die gemacht? Die hätten Longline geschmiert. Weil du kannst diese automatisierten Routinen dir nicht verbieten, es geht halt nicht. Er hat das anders gemacht, er hat seine Mannschaft trainieren lassen auf dem Training, auf dem Trainingsplatz, der war nicht so, naja, wie ein Trainingsplatz, sondern der hatte die Ecken abgeschnitten. Also Mittellinie war breit und dann ging sozusagen die Außenlinie direkt zum Torpfosten. Also so eine Diamantform, könnte man sagen. Also hätten die weiter Longline gespielt, hätten die direkt ins Ausgespielt. Er hat ihnen, das ist wichtig, er hat ihnen die Möglichkeit weggenommen, ihrer alten Routine weiter zu folgen. Er hat ihnen gleichzeitig die Möglichkeit gelassen, sich selber eine neue Routine zu suchen. Also der hat nicht gesagt, spiel diagonal. Starke Idee. zufällig nur noch diagonal. Und wenn du, ich bin kein Psychologe, aber wenn, also was er sagt und was auch in Psychologiebüchern steht, ist, dass es etwa 90 Tage dauert, also drei Monate, bist du, wenn du dir selber die Möglichkeit nimmst, deiner eigenen Routine weiter zu folgen, bist du dir eine neue so antrainiert hast, dass es, also so automatisiert ist, dass du dir nicht mehr drüber nachdenken musst. Ja. Und genau das, zurück auf deine Frage, genau das mache ich mit den Unternehmen. ich mache mit den Workshops, ich mache mit den Programmen, ich mache mit den Coachings, schaue mir sehr genau an, welche Denkmuster, welche Verhaltensmuster sind da in den Teams drin, warum sind die da drin, was sind die Regeln dahinter, was sind die Routinen, was sind die Rituale, die diese Denkmuster da halten und dann mache ich die weg. Diese Rituale, diese Regeln müssen weg, die müssen verboten werden und dann durch neue ersetzt werden. Nochmal, der Mensch braucht Routinen, die Unternehmen brauchen Routinen, es sind nur die falsch. Die müssen weg, durch neue ersetzt werden und genau das tun wir. Wenn ich das jetzt auf den Einzelnen herunterbreche, also die Zukunft zu gestalten und du hast es am Anfang gesagt, dass ihr jetzt auch ein Programm habt, was den einzelnen Menschen im Fokus hat, welche drei Tipps würdest du unseren Zuhörern, unseren Zuschauern geben, was könnt ihr tun, um mehr Veränderungsdreif in euer Leben zu bekommen? Also der erste Tipp, also drei Tipps ist eine gute Zahl, weil tatsächlich diese Programme, was du erwähnst, hat drei Stufen sozusagen. Das muss man aus meiner Sicht so machen. Also das ist nicht abgesprochen. Nein, 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 genau. Das Erste ist, ich nenne das immer deine Zukunft erkennen. Also erkenne deinen Möglichkeitsraum. Das klingt jetzt ein bisschen so Möglichkeitsraum. Es ist nichts anderes als macht dir klar, in welchem Umfeld du mit einiger Wahrscheinlichkeit in fünf oder zehn Jahren, je nachdem, was du so vorhast, leben wirst. Also gibt es deinen Job noch? Gibt es deine Unternehmen noch? Welche Kompetenzen sind gefragt? Hast du eine Familie? Hast du keine Familie? All diese Dinge. Also macht dir klar, wie du leben wirst. Ich erlebe es ganz oft, dass jemand irgendwie eine tolle Zukunftsvision irgendwie erspint sozusagen, aber die außerhalb seines Möglichkeitenraumes ist. Und das ist ja ganz nett, wenn man groß denkt. Und ich bin dann der größte Fan von groß denken. Aber es wirft dich halt immer wieder zurück, wenn es außerhalb deines Möglichkeitenraumes ist. Und ehrlich gesagt, der Möglichkeitenraum ist groß. Also erstens, erkenne diesen Möglichkeitenraum, lies Zukunftsbücher, schau dir Studien an, alles kostenlos, mach irgendwelche Online-Kurse, alles kostenlos oder für einen kleinen Preis erhältlich. Zweitens, mache dir sozusagen, also überlege dir innerhalb dieses Umfeldes, was du jetzt kennst, deine Idealpositionierung, also dein ideales Zukunfts-Ich. Wie wäre es denn am schönsten? Und bitte, und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser zweiten Stufe bei unseren Coachings oder bei meinen Coachings, entwickle nicht ein Zukunftsbild. Weil in dir stecken ganz viele Zukunfte. Also viele, viele mögliche Zukunfte. Ich, nochmal ganz zurück auf die Situation, die wir am Anfang hatten, als ich in der ARD gekündigt habe. Genau zu diesem Zeitpunkt habe ich mir überlegt, Mensch, was machst du jetzt? Logischerweise, ja, ich musste ja gucken, was machst du? Und ich hatte die Möglichkeit, ich hätte die Möglichkeit gehabt, nach wie vor Auslandskorrespondent in der ARD zu werden. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, ein Angebot an die Uni zu gehen, Juniorprofessor und Nachfolger meines Professors zu werden. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, ich bin damals viel, also ich habe sehr viel Sport getrieben, Marathon, ich hätte mir durchaus tatsächlich so Leistungssport, Marathon, Triathlon vorstellen können. Ein Freund von mir war gerade nach Afrika gegangen, hat dort ein Hotel gegründet. Ich hätte nach Afrika gehen können, ein Hotel, da hätte mir auch Spaß gemacht. Und, also ich, Unternehmer wollte ich schon immer werden und so weiter und so fort. Ich hatte damals zehn, zehn verschiedene Möglichkeiten meiner Zukunft auf dem Zettel und ich habe die alle ausgearbeitet. Also wie funktioniert das mit Familie und so weiter und hatte erst, als ich die zehn neben mir hatte oder vor mir hatte, konnte ich sie vergleichen und konnte ein Bauchgefühl dazu entwickeln und an der Stelle ist das Bauchgefühl total wichtig. Welches ist denn jetzt für mich das Richtige? Und da kam jetzt plötzlich das Zukunftsinstitut, also das war eins und es kam raus. Das, was ich damit sagen will, ist, wer sich, also wer über Veränderungen nachdenkt, bitte nicht nur ein Zukunftsbild entwickeln. Jeder hat ganz viele in sich. Schreibt sie auf, schreibt sie nebeneinander, entwickelt sie durch und dann entscheidet euch für das Richtige. Und das Dritte ist, ohne das jetzt in die Länge zu ziehen, weil das habe ich schon gesagt, das ist diese Thomas-Tuchel-Geschichte, um ein Zukunftsbild wirklich zu erreichen, muss man seine eigenen Denkmuster verändern. Weil die Situation hier und jetzt, in die sind wir gekommen, weil wir diese Denkmuster haben. Diese Situation ist sozusagen eigentlich nicht die Ausgangssituation, sondern das Resultat. Das Resultat dessen, wie wir bisher denken, in welchem Umfeld wir sind. Und wenn wir in ein anderes Zukunftsbild, in ein anderes Zukunfts-Ich hinein wollen, dann müssen wir diese Denkmuster verändern. Und wie man das macht, habe ich gerade schon kurz beschrieben, sozusagen die Ecken abschneiden. Also sich selber die Möglichkeit nehmen, seinen eigenen Denkmustern weiter zu folgen und das sehr, 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 also das nicht nur bei einem und nicht normal, sondern als, wie soll ich sagen, als Management, als Steuerungsstrategie für das eigene Mindset. Wenn du jetzt so einen Blick nach 2030 wirbst, wie sieht unser Leben dann aus? Naja, das hat natürlich, da habe ich jetzt irgendwie 400 Seiten Bücher drüber geschrieben. Es fällt mir schwer, das jetzt irgendwie in eine Sache zu packen. Aber, also was man sagen kann, es wird intelligenter, es wird gesünder, es wird rational besser. Alles, was du mit rationalen Dingen sozusagen messen kannst, wird besser. Und das ist die Folge dieser Computer, dieser Computerisierung, der künstlichen Intelligenz, der Digitalisierung, ob das zugleich auch, wie soll ich das sagen, ich versuche jetzt das Wort menschlich zu vermeiden, ob das zugleich auch bedeutungsvoller und glücklicher wird. Das liegt dann an uns, was wir damit machen. Ja, das liegt, das kann man, das kommt nicht von außen. Glück kommt nicht von außen, Glück kommt von innen. In diesem letzten, in dem Buch, was du erwähnt hast, dieses 2030, Wie viel Mensch verträgt die Zukunft? Da gibt es ganz bewusst zwei Kapitel, die ein bisschen anders sind als die anderen. Das eine heißt die Zukunft der Angst und das andere heißt die Zukunft des Glücks oder Untertitel Werden wir alle glücklicher? Und selbstverständlich gibt es darauf, auf diese Glücksfrage keine Antwort, weil also rein objektiv, rein rational gibt es die Möglichkeit, dass wir ein schöneres Umfeld haben und aus einem schöneren Umfeld mehr Glück für uns ziehen. Aber ob das jeder macht, ist eine individuelle, relative Entscheidung. Individuelle, genau, so ist es. Letzte Frage zur Zukunft. Wer den Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass ich so ein Fan von, ja so Science, und ähnlichen Filmen bin und unter anderem gibt es bei den Avengers einen Bösewicht, der heißt Dr. Zola und der überlebt seine Zeit, also der ist auch über den Tod hinaus im Grunde aktiv, weil sein Gehirn, seine Gedanken werden digital aufgesogen und sein gesammeltes Wissen wird dann weiterentwickelt. Also der ist dann auch auf dem Rechner mit seinem ursprünglichen Gesicht. Wie utopisch ist sowas? Oder wie realistisch ist sowas? Überhaupt nicht utopisch. Also in diesem 2030-Buch, im ersten Kapitel, da stirbt ein Großvater, 2030, ja, und eine echte Prognose für 2030, nicht ausgedacht, sondern das ist die, das wahrscheinliche Massenszenario 2030, stirbt ein Großvater eines natürlichen Todes, sehr alt, und seine, seine Enkeltochter bekommt ein bisschen später geschenkt von ihrem Vater, also dem Sohn des Verstorbenen, dass sie mit ihrem Opa weiter telefonieren darf. Was hat er gemacht? Der hat 18 Monate vor seinem Tod technisch gesehen eine künstliche Intelligenz trainiert, praktisch gesehen hat er einfach nur mit seinem Handy geredet, und diese künstliche Intelligenz hat seine Stimme, also seine Stimmenmodulation angenommen, redet genau mit seiner Stimme, hat sein Humorlevel angenommen und hat auch sein Wissenslevel angenommen, also ist nicht allwissend, sondern erzählt auch denselben Quatsch manchmal wie der Großvater, wie der Film war. ist halt wie Telefonieren mit dem Großvater. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich über die nächsten zehn Jahre passiert, ist total hoch. Ob das jetzt jeder benutzen will oder nicht, das ist die andere Frage. Auch in diesem Buch gibt es da Streit, also der Großvater fand das super, weil er konnte was hinterlassen, die Enkeltochter findet es auch gut, aber zwischen Vater und Mutter der Enkeltochter entbrennt ein echter Streit um diese Frage, darf die das benutzen und so weiter. Na klar, wir werden, also das ist halt so, wenn es Veränderungen gibt und technologische Veränderungen, dann gibt es erstmal Streit und Diskussionen, aber letztendlich führt das dazu, dass wir ohne, also eigentlich ohne jede Frage irgendwann das, was wir hier in diesem Kopf haben, sozusagen, in einen Computer bringen werden. Und ob das jetzt eine 1 zu 1 Kopie ist oder ob ich den erst, also ob das sozusagen irgendwo eine Schnittstelle ist und ich kann es einfach downloaden oder uploaden, das sagen auch einige, das ist noch wahrscheinlich noch 80 Jahre entfernt, aber zwischendurch werden wir sie halt trainieren, diese Dinge und wir werden den, wir werden den Nutzen, jedenfalls viele von uns werden den Nutzen dafür finden, ich hoffe nicht nur die Bösewichte. Ja, das hoffe ich auch. Also ganz, ganz spannend. Ich glaube, ich könnte jetzt noch stundenlang drüber sprechen. Nichtsdestotrotz möchte ich so langsam zum Abschluss kommen und ich habe zum Abschluss immer drei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Die erste Frage ist, die halt wirklich so in das Thema Stärken reingeht, warum bist du gut in dem, was du tust? Ich glaube, weil ich es mit Leidenschaft tue und weil die Menschen merken, dass ich es mit Leidenschaft tue und so ein bisschen eine neue Generation von Zukunftsforschern verkörpere. Die ältere Generation, die wollte immer Zukunft vorhersagen. Die haben immer so gesagt, wir sind die Wahrsager und wir sagen, wie es in zehn Jahren ist. Ich habe von Anfang an gesagt, Leute, ich bin kein Wahrsager, ich bin kein Hellseher. Ich möchte Menschen helfen, jetzt hier, mir und jetzt Menschen helfen, einen klaren Zukunftsplan zu machen und mit großen Schritten ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und in ihre Zukunft zu gehen, sozusagen. Also ich verstehe mich viel mehr, klar bin ich Zukunftsforscher, aber viel mehr verstehe ich mich als Enabler, als Befähiger, als Zukunftsforscher, wenn man so will. Und wenn man das tut, dann muss man es mit Leidenschaft tun, ansonsten glauben einem die Menschen das nicht und ich glaube, ich tue das wirklich mit Leidenschaft. Also das ist, glaube ich, ein Teil, ein großer Teil des Erfolgs, warum wir auch das größte Zukunftsforschungsinstitut numerisch an Mitarbeitern gesehen in Europa inzwischen sind. Also das kam auch, glaube ich, absolut überzeugend in dem ganzen Gespräch rüber, dass das, was du tust, dass da wirklich eine ganz große Leidenschaft dahinter ist. Die zweite Frage ist, hast du ein persönliches Motto, ein Leitmotiv, ein Kernsatz? Na, ja, ich habe es nicht so mit, wie soll ich sagen, mit Vorbildern oder mit Leitsätzen oder sowas, aber ich habe vorhin schon etwas gesagt zwischendurch mal, was für mich ganz wichtig ist. Und dieser Satz ist ganz simpel und ganz kurz. Der heißt, nichts ist fertig. Ja, super. Wenn man im Kopf hat, dass man selbst fertig ist oder sein Haus fertig ist oder sein Job fertig ist oder sein irgendwas fertig ist, dann wird man, dann hört man auf sich zu entwickeln. Dann wird man langsam, dann wird man träge, dann und so weiter. Deshalb ist für mich der wichtigste Satz und das gilt für mich, das gilt für meine Kinder, für meine Familie, aber natürlich auch für meine Mitarbeiter und meine Kunden. Nichts ist fertig. Das ist das Grundprinzip. Wir haben die Pflicht, jeden Tag daran zu arbeiten, dass wir immer einen Schritt besser werden. Großartiger Satz, ganz toll. Und die dritte Frage, was ist, wenn du jetzt auch zurück auf deinen beruflichen Lebensweg blickst, was ist so deine wichtigste Erkenntnis? Dass wir die, dass es nicht eine Zukunft gibt. Ich habe früher ganz, also als ich das angefangen habe, dachte ich, es gibt eine Zukunft und die will ich entdecken und den Leuten sagen. Aber die Wahrheit ist, es gibt eben nicht eine Zukunft. Es gibt, ich habe vorhin gesagt, es gibt zehn verschiedene Zukunfte, wenn man so seine eigene, sein eigenes Zukunfts-Ich entwickeln will. Macht da zehn und hört nicht nach fünf auf, weil euer bestes Zukunfts-Ich kommt an Nummer acht erst oder an Nummer neun. Also, es gibt nicht eine Zukunft, es gibt ganz, ganz viele Zukunfts. Und wenn ich mein Leben sozusagen oder meine Karriere oder meinen bisherigen Lebensweg sozusagen zurückschaue, dann sieht man das sogar in meinem Job. Schau mal, ich war Journalist, ich war Radiomanager, also, naja, unter dem Programmdirektor sozusagen. Ich war Wissenschaftler, ich war Dozent, ich war Berater, ich bin jetzt inzwischen seit drei Jahren Investor, also investiere in irgendwelche Startups. Das ist nicht ein Job, sondern das sind irgendwie acht Jobs und wahrscheinlich werde ich in den nächsten fünf Jahren noch zwei neue Jobs irgendwie entdecken, weil sie mir eben auch Spaß machen. Und ich glaube, das sollte man, das sollte man tatsächlich im Kopf haben, dass wir als Menschen, ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat, dass das, also früher mal, dass man einen Job hat und der jetzt das Leben irgendwie gut tragen soll, ja. Also jedenfalls wurde es ausgedacht, in einer Zeit, als die Lebenserwartung noch bei 55 Jahren lag sozusagen. Oder weniger. Oder weniger, ja. Da hat man halt für 20 Jahre sich entschieden und so weiter. Aber nein, also das, was ich damit sagen will, das, was ich wirklich gelernt habe in den letzten Jahren, ist, es gibt nicht eine Zukunft, es gibt nicht die Zukunft, die man entdecken kann und dann wird sie, sondern es gibt viele mögliche Zukunfts und es ist die Pflicht eines jeden Einzelnen, jedenfalls sehe ich das so, meine Verpflichtung, mir die Beste rauszusuchen und selber sozusagen den Weg dahin zu gehen, selber meinen Weg zu steuern und selber mein Mindset und meine Denkmuster zu steuern, um meine Beabsichtigung, meine Lieblingszukunft sozusagen zu erreichen. Ja, super. Sven, wenn man mit dir arbeiten möchte, wie findet man dich? Also, ich habe ja einen relativ prägnanten Namen, Sven Dabro Jansky und Jansky mit SZKY. Wenn du das bei Google einträgst, findest du mich immer und auf vielen Kanälen. Es gibt selbstverständlich eine Webseite, den meisten, die erstmal so reinschnuppern wollen und mal den Jansky so ein bisschen kennenlernen wollen, sozusagen, wenn es um die Persönlichkeitsentwicklung geht, empfehle ich einen kleinen Online-Kurs. Das ist so ein Einstiegskurs, wo ich so die wahrscheinlichsten Zukunftsprognosen der nächsten zehn Jahre präsentiere und den Leuten sage, wo habt ihr, also wo denkt ihr schon dran, wo denkt ihr noch nicht dran, sozusagen. Auf der Unternehmensseite ist das natürlich die Unternehmenswebseite. Also, vielleicht kann man auch die Links nochmal einblenden, aber die werde ich jetzt hier nicht erzählen wollen. Der einfachste Tipp ist einfach, meinen Namen bei Google eingeben, auf Webseiten klicken oder auf Videos klicken und ihr kriegt es die Videos, ihr kriegt alles. Ich bin da relativ präsent und auf sehr, sehr vielen Social-Media-Kanälen auch, ja, also von LinkedIn und Xing, Facebook selbstverständlich, über Instagram und Twitter. Sucht mich einfach, klickt einmal, folgt mir oder schreibt mir irgendwas. Ich bin da sehr, bin da sehr zugänglich und antworte auch. Ja, sehr klasse. Wir werden auch alles nochmal in den Shownotes verlinken, also der Link zum Kurs, der Link zu LinkedIn, Xing, Facebook-Profilen, also alles, was ihr braucht, um Sven zu finden. Sven, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es hat riesen Spaß gemacht, es war ganz toller Input und ganz viele Impulse. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, war ein schönes Gespräch, vielen Dank. Und dir, lieber Zuschauer und Zuhörer, danke ich natürlich auch, dass du wieder mit dabei warst und ich freue mich natürlich, wenn du dann auch beim nächsten Mal wieder zuhörst und zuschaust. Und bis dahin, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.